Ich bin bei Mehr Demokratie, weil mir die Demokratie am Herzen liegt. Ein Punkt, über den wir reden müssen, ist das Wahlrecht. Wir haben in Deutschland die 5%-Klausel und die hat zwei negative Konsequenzen. Zum einen führt sie dazu, dass die für kleine Parteien abgegebenen Stimmen völlig unter den Tisch fallen und die Bürger, die diese Parteien gewählt haben, nicht im Parlament repräsentiert sind. Das zweite Problem ist, dass die Bürger schon in der Antizipation dieses Effektes dazu übergehen, nur die zweitbeste oder drittbeste Partei zu wählen und dadurch nicht ihren wahren Willen an der Urne bekannt geben. Im Folge ist es so, dass die im Parlament vertretenen Parteien nicht wirklich den Willen der Bürger repräsentieren. Und daran müssen wir arbeiten und das tun wir mit Mehr Demokratie.